Da kann doch kein Squid drin spawnen. Hallihallo, Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Monster. So, und ich wollte heute noch mal ein bisschen schauen, hier den Boden weitermachen zu können. Und zwar dachte ich, wenn ich das hier weghau... Ja, ich weiß, ich hab's so schön gesetzt und versucht, so wenig zu fluchen dabei wie möglich. Aber ihr müsst hier alle noch mal weg, das tut mir jetzt leid. Ich hab den Tank da drüben vernichtet. Hm, ich hab ja noch ein paar. Jo, Tank. Denn das hier soll ja mit anderen Steinen gemacht werden. Mit euch wahrscheinlich nicht so viel. Ihr schaut zwar ganz geil aus, aber ihr seid halt nicht in der Textur. Also in dem, äh, Texture Pack mit drinnen. Jo, ich bräuchte Basalt. Das wollte ich nämlich jetzt mit Basalt machen. Hm, ich hab sogar noch ein paar. Ich hab aber keinen Plan, um mir die reichen werden. Äh, ich leg hier mal ein bisschen was zurück. So, äh, Oakwood. Oak, Oak, bleib da. Wobei, ne, eigentlich kannst du gehen. Äh, ich wollte, äh, so, wie Säge. Diamond brauche ich ja nicht mehr. Ist ja kein Obsidian, was ich mir durchsägen will. Jo, dann kommt ihr hier raus. Und ihr kommt hier rein. Wir könnten theoretisch auch so eine Art Schachbrettmuster machen. So, wisst ihr was ich mein? So, hier hin und dann hier einer und dann... Oh, ihr seid noch nicht komplett durch. Sagt mir das doch. Jo, äh, Säge. Komme ich ja das Doppelte von euch raus. Ist doch noch besser. Jo, äh, da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Und da hin. Also, wisst ihr was ich mein? So dann im Endeffekt. Ich werde es jetzt hier erstmal komplett basalt machen. Und dann werde ich ja sehen, wie es ausschaut am Ende. So, äh... Es ist immer noch ein Graus, die hier zu setzen. Nur ihr seid in fast jedem Modpack drinnen. Ich meine, man kann mit euch ja auch geile Dinge machen. Wenn man es hinbekommt. Nicht so wie ich. Ähm... So... Moment. Dafür könnten die hier doch eingesetzt werden, oder? Wie hab ich denn von euch? Hab ich euch überhaupt noch einstecken? Nee. Äh, Factory Blocks. Nee, da sind sie nicht. Kann ich euch zersägen? Ich glaub nicht. Das hatte ich, glaub ich, schon mal probiert. Doch, ich kann euch zersägen. Okay. Dann gehört ihr jetzt mir. Also, ihr gehörtet schon immer mir. Aber jetzt noch mehr. Falls das irgendwie Sinn macht. Und... 40. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. So, dann ziehen wir euch hier da durch. Ach, das war das, die sich da nicht verbinden. Äh, genau. Da war ja das Problem. Es wäre so schön, wenn ihr euch miteinander verbinden würdet. Aber so schaut das einfach nur kacke aus. Vielleicht finden wir auch noch einen anderen Block, den wir hier reinsetzen können. Äh, 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 äh. Ähm. Auroga. Nee, das ist zu vielfarbig. Block of Kobalt. Hä, hä, hä. Ja, ein bisschen teuer. Nur ein bisschen. Maistone Bricks aus Twilight Forest. Getrocknete Erde. Was ich hier alles drinnen habe. Granit. Einen Block Granit. Genau, mit Granit wollte ich ja was machen. Granit habe ich... Ist vielleicht irgendwas durchgeschmolzen? So Granit-Cobblestone, dass ich da irgendwas reingeschmissen habe? Oder sind die bei dieser komischen Aktion verbrannt alle? Nee, sind hier. So, dann kann ich euch hier zersägen. Zersägen. Und noch mal zersägen. Und noch mal zersägen. So. Du bleibst da. Wieso schmeiße ich jedes Mal die Säge weg? Ich weiß es nicht. Dann schauen wir doch mal. Ob du da zupasst optisch oder nicht. So. Ja, so schlecht ist es jetzt nicht. Frage ist, ob es so gut ist. Ich mache jetzt einfach mal hier mit und schaue dann, wie es am Ende alles ausschaut. Wenn ich mich nicht wieder verbaue, wie gerade eben. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Nein, ich muss danach nicht in Therapie. Hoffe ich. Ich muss hier komplett rüber. Das heißt, ich kann mir hier schon mal einen kleinen Raum hinziehen, der auf jeden Fall gefüllt werden muss. Jo, und hier rüber. Dann mache ich hier das ganze, äh, günstige Energieproduktionszeug. Ich werde hier noch wahnsinnig mit dem Ding. Aber was will man machen? Irgendwie muss man ja Material sparen. Muss ja kostengünstig arbeiten hier. So. Damit das Let's Play nicht zu teuer wird. Ich hau euch jetzt mal weg. Hm. Ich. Habe ich denn überhaupt genug Marble für das ganze Zeug? Ich hatte doch stackweise Marble. Nur ich glaube, davon ist mir einiges weggegangen. So, schauen wir mal. Marble. Ne, ist noch da. Bist du dasselbe Marble? Du bist Cobblestone Marble, oder? Oh, sagen wir nicht. Ich muss dich jetzt komplett durchschmelzen. Jo, äh. Da rein. Was passiert denn da mit dir? Gar nix. Moment. Chiselt? Die Chiselung können wir doch wieder aufheben, oder? Meine Chisel ist weg. Ist das dein Ernst? Ist das dein blöder Ernst? Chisel. Ich weiß, ich werde gerade angegriffen. Schaden kann der mir eh keinen machen. Der kann mich nur wegkicken und mich dabei nerven, wie die Hölle. So. Eine Chisel. Hallo. Tschüss. So. Ihr habt doch eh keine Chance. Äh. War das das hier? Ich glaube. Ich nehme die Chisel jetzt einfach mal mit nach unten und schau dann. Äh. Essen mal auch wieder. Skelett mit einem verzauberten Bogen. Wieso? Was habe ich dir getan, hä? Was habe ich dir getan? So. Und runter. Jedes Mal. Säge. Ist schon wieder halb kaputt? Wieso? Überlebt das? Ja, aber. Nicht so schön. Äh. Dann. Moment. Gunpowder kann hier rein. Ich habe gesagt, Gunpowder kann hier rein. Hör doch auf mich. So. Das ist ja auch. Die hier. Die hier. Die hier. Die hier. Wieso habe ich eigentlich so viel Stone Tool Rods? Das ist ja egal. Legst du dich nicht automatisch nach? Oder bist du nicht dasselbe? Doch. Du bist dasselbe. Gut. So. Dann haben wir auf jeden Fall die gleiche Struktur hier. Und es ist ein schöner großer Raum. Jo. Dahin. Dahin. Und hier. Jetzt haben wir wenigstens diesen kleinen Bereich immer dicht. Äh. Dicht. So. Den hier brauchen wir auch. Habe ich dich jetzt wieder eingesammelt? Ich hoffe. Eins. Zwei. Drei. So. Dann müsste hier außen rum. Das hier kommen. Der Granit. Ich habe keinen Plan, was ich momentan mache. Ich hoffe nur, am Ende schaut es irgendwie ein bisschen geil aus. Moment. Hier können wir doch in die Ecken die hier setzen. Schaut doch dann auch gut aus. So. Dich. Und dich. Ist zwar ein bisschen teurer, aber wieso nicht? Ich meine, das Obsidian und das Glas, das sollten wir doch haben. Äh. Jedes Mal. Jedes Mal. Jedes Mal. Was habe ich dir nur getan? So. Drei. Und hier rüber. Hm. Wird das hier dieser kleine Wegsabschnitt. So. Also wenn ihr ungefähr eine Ahnung habt, was ich hier machen will. So. Dann müsste ich hier eigentlich wieder weg. Dafür Granit rein. So langsam, langsam komme ich dahinter. Äh. Dahin. Dahin nicht. Und jetzt da entlang. Ich bin am überlegen, ob ich hier in der Mitte noch einen mache. So, du wärst, nee, du wärst hier ganz falsch. Äh. Das hier wäre jetzt einer. Schauen wir doch mal, wie es mit einem aussieht. Ich wollte dich setzen und nicht wegrennen. So, hier auf jeden Fall mal rüber. Dann kommt bis nach hier hin. Dann. Genau. So langsam, allmählich wird das Ganze zu irgendwas werden. Muss ich dich hier dann später auch nochmal versetzen. Wohin, weiß ich noch nicht. Vielleicht hier irgendwie an die Seite. Wir haben ja dann Platz. Wieso habe ich dich da hingesetzt? Macht doch keinen Sinn. Macht doch keinen Sinn. Jo. Irgendwann werden wir hier dann den Boden und sowas haben. Ich würde sowas gerne im Livestream oder sowas machen. Weil es halt doch ziemlich langweilig ist zum Zuschauen. Nur ich komme momentan nicht zum Livestream. Ich habe so viel anderes noch zu tun nebenbei. Deswegen. Jetzt auf diese Weise machen wir hier drei. Hm. So. Dich hier. Und dann dich hier durchgezogen. Könnten wir hier theoretisch auch die ganzen Leitungen unterirdisch legen, oder? Müsste doch theoretisch machbar sein. Wenn ich die Cover jetzt nicht jedes Mal falsch rum hinsetzen würde. So. Und dich hier. Haha, Mann. So. Dann kommst du hier hin. Und du kommst hier hin. Ja, du bist ja eh hier falsch. Äh. Dich weg. Dich weg. Dich weg. Dich weg. Und dich weg. So. Dann würde es so ungefähr ausschauen hier am Boden. Dann müssten wir das hier aber auch noch anders machen. Ihr kommt hier jetzt mal weg. Ihr irritiert mich hier komplett. Das ist doch eh Wand. Und. So. Und du bist eh falsch. Äh. Wo ist denn hier die Mitte? Dann machen wir das hier auch so ein bisschen mittig. Hm. Eins. Zwei. Ich sollte dich vielleicht auch mit der Waffe, äh mit der Waffe natürlich, mit der Spitzhacke dafür abarbeiten. Eins. Zwei. Wenn ich hier so einen Viererblock mache. Das kostet halt ziemlich viel. Wobei da habe ich hier auch insgesamt einen Viererblock. Sollte theoretisch machbar sein. Wenn wir es so machen. Hier einen. Und dann hier insgesamt drei. Das wäre glaube ich am besten, oder? Ja. Schaut auf jeden Fall ganz gut aus. Jo. Und zack. Dich dahin. Und dich nicht dahin. Ich brauche wesentlich mehr von euch. Aber das dachte ich mir ja schon. So. Schaut doch wesentlich besser aus, oder? Dann ziehe ich hier mal noch durch. Äh. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Nein. Darüber ist so nicht geplant. Drei. Eins. Zwei. Ich habe keine mehr. Doch. Ich habe da noch welche. Sag mir doch nicht, dass ich keine mehr habe, wenn ich da noch welche habe. Das ist blöd. Hm. Dich hier rein. Dann kommen hier wieder die anderen, äh, Granit. So. Jedes Mal setze ich euch so blöd hin. Hm. Ich kann die auch so verkraften, dass die in dem Mitte ein Loch haben. Und dann hier drunter Energieleitungen und alles ziehen. Das finde ich halt ziemlich schön. So. Und hier. Ach, ich habe noch genug. Es sah bloß so komisch aus. Äh. Auf welcher Höhe habe ich das ungefähr gemacht? Mittig davon drei. Ich habe immer noch keinen Plan, wieso ich hier so langsam fliege. Gut. Eins. Zwei. Das heißt, ich brauche unbedingt neue Tanks hier. Sollte aber kein Problem sein. Da wir jetzt hier schon ein bisschen Raumstruktur haben, könnten wir demnächst noch Wände reinziehen und dann das ganze Zeug mal umbauen. Also hier reinstellen. Jo. Und hier noch ein bisschen entlang. Ich muss mir auch unbedingt eine neue Säge craften. Meine ist ziemlich im Heimer. Jo. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich hier so langsam bin. Am Helm teilweise liegt es. Okay. Aber schaut doch nicht mal so schlecht aus. So. Und hier habe ich noch hier diese Glass Cover. Nee. Sind alle weg. Hm. Komisch. Jo. Ist Tag. Ist Tag. Und es ist hier auch irgend so ein Idiot drin mit dem Bogen. Hallo Creeper. Tschüss Creepy. Jo. Damit du ganz weg bist. Schauen wir doch noch schnell nach einem. Irgendwas wollte ich doch jetzt. Ah. Genau. Nee. Nicht. Doch. Irgendwas wollte ich doch jetzt. Hilfe. Ich wollte noch Tanks haben. Genau. Habe ich Glas? Äh. Wenig. Bist du? Nee. Du bist nicht Autosmelt. Habe ich noch Obsidian? Obsidian. Ja. Obsidian habe ich genug. Das heißt ich müsste eigentlich nur Glas holen. Habe ich hier noch? Ja. Ich habe hier noch Glas. Äh. Schauen wir doch mal kurz. Tank. Du hast das hier oder? Ah. Ich brauche Scheiben dafür. So. Ein Stack Scheiben. Machen wir noch einen. Einen halben. So. 38 Tanks. Tanks. Wie auch immer. Deutsch. Englisch. Egal. So. Und nach oben abgezogen. Warte mal. War das jetzt dieser eine komische Tank, der nur fast voll war? Ich glaube schon. Ähnlich, dass das dann irgendwie komisch ausschaut. Ich habe hier reingesetzt. Genau. Nee. Schaut jetzt nicht komisch aus. Ist es mit diesem, äh. 1599. Nee. 15.998. Anstatt 16.000. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam. Aber ist egal. So. Säge. Äh. Die hier. Ja. Egal. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Moment. Ich stelle mich dazu runter in meinen halbfertigen Keller. Ich will da. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Ist da jetzt wirklich ein Scooterinnen gespawnt? Ist das dein Ernst? Er kann doch kein Scooterinnen spawnen. Geil. Seht ihr die Tentakel? Moment. Da bist du. Das ist so dumm. Das ist einfach nur so dumm. Ich will dem auch sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und da bist du.